Aus dem Englischen von Stefan Kleiner Gesprochen von Axel Wostry Und in zahlreichen Rollen und Tweets Eine Produktion der CC Live Hörbuchmanufaktur Für meine Mutter, Sarah Fabian Baddiel Die stets dafür gesorgt hat, dass sie zählt Vorwort zur deutschsprachigen Buchausgabe Es könnte Sie vielleicht interessieren, dass der ursprüngliche Titel dieses Buches, in dem es darum geht, dass Menschen, die über die Diskriminierung von Minderheiten beunruhigt sind, sich über Antisemitismus weniger Gedanken zu machen scheinen Jews don't count, lautete Doch dann bekam ich eine E-Mail meines deutschen Verlags Hansa, in der stand Man könne das Buch nicht Judenzählen nicht nennen Der Verlag schrieb, man könne, in Anbetracht unserer Geschichte, diese Worte nicht in großen Lettern auf ein deutsches Buch drucken Das ist keine linguistische Frage Auch auf Englisch könnte der Titel als anstößig begriffen werden Und tatsächlich sorgte er auch für etwas Stirnrunzeln Auf Twitter schrieben manche, sie hätten Bedenken, ein solches Buch in öffentlichen Verkehrsmitteln zu lesen Für den Fall, dass jemand den Titel wörtlich nähme Aber letztlich war ich und war auch mein englischer Verlag zuversichtlich, Dass die Leserinnen und Leser und selbst Menschen, die in der U-Bahn Seitenblicke auf die Lektüre anderer werfen Verstehen würden, dass der Titel ironisch gemeint ist Dass er eine Einstellung zum Ausdruck bringt, die das Buch hinterfragt und seziert Nicht empfiehlt Jews don't count ist eine Enthüllung Keine Handlungsanweisung Warum also sollte sich dieses Verständnis nicht auf den deutschen Titel übertragen? Ist es eine Frage der Einstellung? Womöglich, und mir ist bewusst, dass ich hier selbst in den Bereich des Stereotyps vordringe, Womöglich haben es die Deutschen nicht so mit der Ironie Oder, und das ist wahrscheinlicher, man kann in Deutschland nicht Ironie voraussetzen, wenn es um Antisemitismus geht Vielleicht kann man in Deutschland gar nichts voraussetzen, wenn es um Antisemitismus geht Im Hinblick auf den deutschen politischen Diskurs schrieb Hansa mir auch Meldet sich ein Jude in einer Debatte zu Wort und bringt seine Meinung zum Ausdruck Verfallen die Menschen wie in einem Theater in Schweigen Es gibt nichts Schlimmeres, als Antisemit genannt zu werden Was eine Erklärung für die notwendige Titeländerung sein und oberflächlich auch als eine gute Erklärung betrachtet werden könnte In Deutschland, gerade dort, will niemand als Antisemit gelten Und wenn man bei diesem Buch nicht von Ironie ausgehen kann, zumal in der Übersetzung Dann ist der Titel Judenzählen nicht zu riskant Allerdings könnte diese Vorsicht nahelegen, dass es in Deutschland gar keinen Bedarf für dieses Buch gibt Wenn alle dem Antisemitismus gegenüber Gestatten Sie mir an dieser Stelle etwas Jiddisch Und Spilkes sind Wenn alle Deutschen ständig Sorge tragen, die Juden aufzuregen Dann braucht es vielleicht gar kein Buch darüber, dass Juden nicht zählen Nur, dass mich, wenn ich mir den Satz noch einmal ansehe, der Gedanke verstört Menschen könnten wie in einem Theater in Schweigen verfallen Es hat etwas Gestellstes und Förmliches, etwas Unbewegliches Weitere Gespräche und Lektüren über die Situation in Deutschland förderten einen seltsamen Zwiespalt zutage Dieses Buch handelt von einer Abwesenheit Davon, dass inmitten der Intensivierung der Identitätspolitik im progressiven Diskurs Die jüdische Identität irgendwie übersehen wird Doch in Deutschland sind Juden nie abwesend Außer natürlich in körperlicher Hinsicht Aber der Umstand dieser körperlichen Abwesenheit und ihre historischen Gründe Haben allem Anschein nach in eine Erinnerungskultur gemündet Zu der sich das Land selbst gratuliert Deutschland beglückwünscht sich zu seiner eigenen Selbstaufopferung Indem es sich zum Gedächtnisweltmeister erklärt Das Problem daran ist, dass das der aktiven Einbeziehung jüdischer Identitäten In die Debatte um Diskriminierung und Rassismus vermutlich nicht förderlich ist Natürlich ist das lebendig halten der Erinnerung an Gräueltaten nötig und gut Aber es kann vor allem, wenn all die Menschen derer gedacht wird Und ebenso die meisten ihrer möglichen Nachkommen nicht anwesend sind Leicht in Erstarrung und Ritualisierung kippen In diesem Buch stelle ich der progressiven Linken die Frage Warum habt ihr die Juden vergessen? In Deutschland können die Juden offenbar nicht vergessen werden Aber es ist möglich, dass die deutsche Art der Erinnerung selbst eine Abwesenheit herstellt Wir sehen das an der Formulierung In Schweigen verfallen Schweigen, zumal eines, das von übermäßigem Respekt hervorgerufen wird, ist nichts Verbindliches Das Schweigen im Rahmen von Gedenkveranstaltungen dauert im Normalfall eine Minute Und dann geht das Leben weiter Was bedeutet, dass in der modernen politischen Debatte Die nicht erstarrt oder ritualisiert ist, sondern sich schneller denn je verändert Und immer mehr aktive Stimmen umfasst In Deutschland noch immer das gleiche Problem wie früher besteht Die Ehrerbietung gegenüber der Vergangenheit bedeutet nicht zwangsläufig Die Lektionen der Vergangenheit auf die Gegenwart zu übertragen Die einzige Möglichkeit, das zu tun, besteht darin, die Annahmen über Juden, die deren Unsichtbarkeit In diesem Dialog noch immer fortdauern lassen, aufzubrechen Sie könnten sagen, ich wisse nicht, wovon ich rede Ich sei kein Deutscher Das Problem ist, ich bin es doch Meine Mutter wurde 1939 in Deutschland geboren Sie kam nur um Haaresbreite davon Diese Geschichte wird in diesem Buch nur am Rande erzählt Aber sie steckt überall in ihm, auf jeder Seite Dennoch, wenn Sie, die deutschen Leserinnen und Leser, wollen, dass Juden zählen Dann müssen Sie von mir aus nicht Gedächtnisweltmeister werden Aber Sie sollten dieses Buch lesen Dieses Hörbuch hören David Bedill, 2021 Sie hörten eine Hörprobe aus Und die Juden? Von David Bedill Aus dem Englischen von Stefan Kleiner Gesprochen von Axel Wostry Und in zahlreichen Rollen und Tweets Franziska Ball Beate Himmelsstoß Leonhard Hohm Martin Umbach Peter Veit Und Klaus Fester Copyright 2021 Karl Hansa Verlag München GmbH und Co. KG München Copyright der Audiofassung 2021 CC Live München Regie Klaus Fester Weitere Informationen zu diesem und weiteren Hörbüchern finden Sie im Internet auf der Verlagswebsite www.cclive.de Optik Begega 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 Vielen Dank.